Menschenhandel ist gross. Schweigen auch. Wir wollen nicht länger schweigen. Darum stellen wir auf, mit einer Grosskundgebung am 24. September auf dem Bundesplatz in Bern. Kommt doch bitte an, denn wer schweigt, macht sich mitverantwortlich. Schweigen darf nicht sein, unsere Stimme soll man hören. Täter müssen wissen, wir geben keine Ruhe. Schau doch einfach hin und schließe nicht die Augen. Den Opfern geben wir unsere Stimme, die nicht schweigt.